Ja, guten Morgen hier aus Ochtendung. Ich begrüße euch ganz herzlich hier am Radwanderweg Maifeld, am Beginn dieses Radwanderweges. Der wird aber weitergeführt, wird ausgebaut von Ochtendung nach Basnaheim. Es finden hier schon Vorarbeiten statt. Das sieht man hier ganz gut. Hier ist die Schrankenanlage. Die Schranken sind schon hoch, aber da kommt schon lange kein Zug mehr. Hier beginnt der Radwanderweg nach Polsch und von Polsch kann man nach Maien oder nach Maifeld, Münster-Maifeld, weiterfahren. Das sieht man hier. Da bin ich jetzt, dort wo das DB steht. Das ist ein Teilstück, was jetzt weiter ausgebaut wird, wie gesagt. Und jetzt geht es hier nach Polsch und dann nach Maien. Jetzt kommt hier gerade ein Traktor. Ja, hier gibt es noch Landwirtschaft, aber richtig. So, hinten links sieht man das ehemalige Bahnhofsgebäude und hier werden sogenannte Gummifangzäune gemacht, da die Reptilien dann verkrämt werden. Also als Schutz für die nächsten Monate. Hier ist auch so ein Hinweisschild. Die Ortsbürgermeisterin Rita Hirsch hat das hier genau beschrieben. Ja, soviel erstmal dazu. Bis später.